What's poppin' guys? Jemand hat tatsächlich kommentiert, ey, du könntest doch mal so ein bisschen über Politik reden und das ist interessant, weil ich hab mir darüber jetzt echt schon oft Gedanken gemacht, einfach mal so über Politik zu reden. Ich hab auch so einen anderen YouTuber, den ich ab und zu so ein bisschen verfolge und wo ich auch gemerkt hab, okay, der hat mit was anderem angefangen, irgendwann hat er dann angefangen über Politik zu reden und das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut. Also auf jeden Fall klicktechnisch funktioniert das ganz gut, aber manchmal, wenn ich diesen YouTuber sehe, dann hab ich auch das Gefühl, er muss halt quasi so ein bisschen eine Empörung verursachen, damit tatsächlich die Leute sich nach wie vor für den Content interessieren. Weil einfach nur zu erzählen, ja, im Landtag Niedersachsen wurde einfach random irgendwie ein Gesetz in Bezug auf Mülleimer oder Tauben irgendwie beschlossen, was weiß ich. So, dann ist da für viele Leute erstmal nichts Interessantes dabei, obwohl das vielleicht ja auch irgendwie das eigene Leben beeinflusst oder ja auch was damit zu tun hat, wie Politik gemacht wird und so. So, aber wenn wir uns über Politik unterhalten, gerade auch online, dann geht es ja viel eher so darum, dass du in die Extremen gehst und Emotionen wächst. So, die Leute wollen ja nicht mehr Information, sondern mehr Emotionen. Also erst kommt ja die Information und dann kommt die Emotionen. Aber wir lassen uns halt ganz oft auch gerade beim politischen Diskurs und bei den Gesprächen mehr von der emotionalen Reaktion auf die Information leiten, anstatt über die Information selber und rational zu denken. Es ergibt aber auch Sinn, dass man emotional wird, weil ja diese Information nicht einfach nur irgendwelche Zahlen oder irgendwelche random aneinandergereihten Worte sind, sondern das sind tatsächlich dann Gesetze, Beschlüsse, Ergebnisse aus Studien, die ja das eigene Leben ja auch betreffen. Oder vielleicht auch Menschen aus einem anderen Land, mit denen man sich identifiziert oder eben auch überhaupt nicht und so. Also deswegen ist diese Debatte immer emotional und für mich ist so dieser Kanal oft sowas gewesen, wo ich gedacht habe, okay, ich möchte halt hier irgendwie so meine Persönlichkeit ausleben und vor allem, wenn es halt darum geht, auch wenn ich so Gedanken habe, dass ich die so ausdrücken möchte. Aber wenn ich halt politisch werde, dann weiß ich schon mal erstens, ich kann fast unmöglich alle kompletten Insights irgendwie haben, um über ein Thema mir wirklich so eine krasse Meinung gebildet zu haben, um das öffentlich direkt zu besprechen. Einmal das, weil ich denke, so viele Sachen hinter verschlossenen Türen ablaufen, von denen wir alle einfach nicht mal die leiseste Ahnung irgendwie haben, weil manchmal werden halt so außenpolitisch so komische Dinge gemacht, wo ich so denke, Digga, warum unterstützt man jetzt die und warum macht man dann hier das, aber da das nicht und so. Also da ist ja klar, dass da irgendwelche anderen Interessen irgendwie dahinter stecken, die halt mein Verständnis irgendwie überschreiten, weil ich halt ja nicht genau erfasse, welche Wirtschaftsströme jetzt mit allen anderen Dingen irgendwie gerade zu 100% zusammenhängen. Also gewisse Dinge kann man sich ja denken und so, aber andere Sachen dann wiederum nicht und so, was da für Vereinbarungen geschlossen werden. Das ist der erste Punkt, wo ich oft so eine Hemmung habe. Das zweite ist, ich weiß, wenn ich so über Politik rede, dann würde ich ja auch mit der Zeit versuchen irgendwie, da ich ja auf YouTube bin und jeder ja das Interesse hat, an Klicks zu kommen, auch immer mehr so ein bisschen mehr auf die emotionale Schiene gehen. Ich würde wahrscheinlich mich vom Rationalen etwas wegbewegen und hin zum Emotionalen gehen. Also natürlich findet das in Kombination statt, aber ich weiß, dass so das, was vielleicht manche hier bei mir schätzen gelernt haben und zwar dieses Rationale, dieses sich mit den Gedanken tiefsinniger auseinandersetzen, dass das womöglich etwas mehr verloren geht. Aber also, weil man könnte, also es ist ein bisschen widersprüchlich, weil man denkt sich eigentlich bei Politik müsste ja gerade, wenn man darüber redet, dass viel mehr vorhanden sein. Also das auseinandersetzen und auch das differenzieren und so, aber ich glaube, dass man automatisch mit der Zeit die Dinge immer weniger macht, vor allem, weil man ja auch zum Thema Politik so viel Information, Input hat, dass es schon fast für den Kopf essentiell ist, die Dinge viel schneller, in Schubladen zu schieben und nicht immer differenziert zu betrachten, weil wir werden mit so viel Information konfrontiert und wir wollen irgendwo diese Informationen hinpacken und wir wollen uns eine Meinung zu den Dingen bilden, die ja auch unser eigenes Leben betreffen. Aber wenn das halt so viele Informationen sind, die hintereinander kommen und wir sind die ganze Zeit auf Instagram und dann sehen wir irgendeinen Bericht von der Tagesschau und dann nochmal irgendjemand anderes, der auf YouTube was postet und dann stehen wir einfach nur am Bahngleis und werden da schon mit Werbung irgendwie konfrontiert, dann ist es halt normal, dass der Kopf sich immer einfachere Wege finden muss, um diese Dinge irgendwie zu verarbeiten. Weil würden wir über alles ausgiebig nachdenken, Digga, wir würden den ganzen Tag nichts anderes tun und weil wir ja so viel damit konfrontiert werden, müssen wir ja dann schnell irgendwie so sagen, ja okay, das ist so, das ist so, das ist so und dann macht man es sich halt oft einfach und sagt, ja okay, die Partei, die sagt, was von der kommt, ist immer Schwachsinn. Und das merke ich, wird halt auch oft gemacht, so von verschiedenen Richtungen, hingegen zu anderen Richtungen und es ist halt immer etwas, wo ich denke so, ja und jetzt wird halt wieder der konstruktive Austausch gar nicht mehr ermöglicht, sondern komplett verhindert. Es geht nur noch um Ideologien und um den grundsätzlichen Gedanken, dass der andere ja gar nicht recht haben kann, weil der hat die falsche Farbe. Und damit meine ich jetzt, sagen wir mal, die Farbe der Partei. So und da denke ich immer so, jo, das ist halt so schwachsinnig, wenn dann halt irgendwie Parteien so einen richtigen Kampf haben, anstatt irgendwie die Menschen, die in den Parteien sitzen, die Gelegenheit nutzen, um voneinander zu lernen. So, weil ja jeder vielleicht irgendwie andere wertvolle Gedankengüter irgendwie in den anderen bringen kann. Aber es ist auch völlig logisch, dass so Politik gemacht wird irgendwie. Das ist irgendwie, das ist irgendwie wie völlig normal. Ich denke zwar immer wieder, eigentlich ist es voll verkehrt, aber andererseits denke ich wiederum, aber die Leute haben sie ja auch gewählt, weil sie eben genau die und die Meinung vertreten. Also es ist ja schon fast wichtig, dass sie bei ihrer Meinung bleiben. Aber ich denke immer, wenn man stur gegenüber Weiterentwicklung ist, ist es halt auch ziemlich kacke. Irgendwie. Aber wenn du ein Volksvertreter bist, der gewählt worden ist, erwarten Leute ja von dir, dass du genau deine Meinung stur beibehältst. Und dementsprechend auch manchmal, wenn du dich sonst weiterentwickeln würdest, so in dieser Legislaturperiode jetzt halt einfach mal es so beibelässt, wie es halt aktuell gewesen ist oder wie du halt dein Wahlprogramm vorgestellt hast. Und da ist das nächste Thema, da ja die Dinge wieder ganz anders gemacht werden können, als eigentlich vorher besprochen. Und ich finde, man kann beim Thema Politik so emotional werden. Und mir macht es auch Spaß, mich so über Politik so zu unterhalten und so. Ich finde es alles so interessant irgendwie, wie die ganzen Ströme sind, aber auch wie die Menschen auf politische Themen irgendwie reagieren, wenn man darüber redet. Aber dann kommt auch immer wieder der Gegengedanke, wenn ich mich zu sehr aufrege von, jo, was bringt es eigentlich so viel darüber zu reden, wenn ich halt so viele Dinge sowieso nicht ändern kann. Also, ich kann sagen so, jo, das war nicht okay, was Politiker XY da gemacht hat und sich jetzt an nichts mehr erinnern kann. Und wie es scheint, spielt es ja überhaupt gar keine Rolle. Das ist ja völlig egal. Und auch egal, wie offensichtlich es ist. Es ist so, es ist so egal. Und dann denke ich so, okay, warum soll ich mich denn noch weiter mit was auseinandersetzen, wo ich hier sowieso nichts machen kann und wo auch wahrscheinlich kein Recht walten gelassen wird. Wieso soll ich mich dann da noch aufregen? So, ich kann es nicht ändern. Es betrifft mich nicht direkt, sondern halt natürlich indirekt, aber es betrifft mich nicht direkt. Also ziehe ich mich aus dieser Situation. Ja, und, ähm, genau. Und das ist dann, deswegen, ich weiß so, ich könnte einen Kanal sogar machen, der so politisch wird. Aber ich glaube, man zieht dann auch wieder Leute an, die dieses Thema Politik, für die ist es so eisern. Und die wollen natürlich wieder vielleicht das nächste Statement zum nächsten Thema und so haben. Und ich glaube, dass es sogar klicktechnisch richtig gut laufen würde. Aber ich denke, man muss einfach wissen als Viewer, so, wenn YouTuber über Politik reden, aber auch so die ganzen Zeitungen, es muss emotional gesteuert werden, um die Leute dabei zu halten und dafür zu sorgen, dass die Leute sich auch schön lang die Werbung angucken und sich vielleicht auch mit einem identifizieren und immer weiter mit der eigenen Meinung gehen oder vielleicht auch komplett es gegenteilig sehen, damit man erst recht emotional wird und man eine höhere Interaktionsrate hat. Also, da muss man halt echt sagen, beim Thema Politik und damit irgendwie Geld zu verdienen, mündet im Grunde immer darin, dass man populistisch wird in irgendeine Richtung und dass es halt vielmehr darum geht, die eigene Ideologie weiterzutreiben und einfach nur seinen Senf dazu zu geben, damit man es getan hat und zu merken, dass man viel Aufmerksamkeit damit bekommen kann und daran auch gut verdienen kann, als wirklich dafür zu sorgen, dass man das Leben der Menschen verbessert. Und ich möchte mal so ehrlich sein, dass ich auch mir vorstellen kann, dass diese Entwicklung sich auch bei mir dadurch auch so zeigen würde. Aber wer weiß, vielleicht rede ich trotzdem mal über Politik, weil allein dieser eine Kommentar hat mich echt darin bestärkt, weil ich immer wieder merke, dass ich mich damit auseinandersetze, mental und ich gerne was dazu auch auf YouTube sagen würde, aber mich immer wieder bremse und sage, chill, lass deinen Kanal nicht in die Richtung gehen, weil ich glaube, das ist so ein One-Way-Ticket. So, wenn ich einmal über ein Thema vielleicht eine Meinung sage, die halt so extrem an die eine Richtung ist, so dann werden viele mich so abspeichern. Und ich möchte aber Menschen generell so offen halten, so gerade was so die geistige Weiterentwicklung anbelangt. Trotzdem habe ich meine Vorstellung von richtig und falsch. Ja, und ich werde auch wahrscheinlich Dinge sagen, die ich dann revidieren würde, einen gewissen Zeitpunkt später, weil so keiner kann mich daran hindern, mich weiterzuentwickeln. Aber das ist für andere dann wieder so, oh, du hast deine Meinung geändert, so du stehst nicht hinter deinem Wort. An einem Tag redest du so, dann wieder so. Und wisst ihr, es ist sehr viel Ego ist in diesem Thema drin, obwohl genau das da rausgenommen werden sollte. Aber es entwickelt sich automatisch. Ich denke auch, Politik ist voll das interessante Spiel, was man spielen kann für sein Leben, so wie andere auf einer Karriereleiter klettern und so. Keine Ahnung. Das ist einfach auch interessant, was da generell irgendwie sozial dann so vor sich geht und wie die ganzen Dinge aufgebaut sind. Allein dieses System so zwischen, da kann jemand im Bundestag sitzen und nach vier Jahren sitzt er halt einfach bei einer Firma, für die er immer entsprechende Entscheidungen getroffen hat, wenn es um Gesetze geht und bei dem halt gewisse Lobbyarbeit gemacht worden ist. Und das hat halt einfach, das ist halt so völlig normal. Und ich glaube manchmal, also ich verstehe, dass man emotional wird und ich werde selber auch manchmal emotional, aber dann denke ich wieder so, ja okay, aber, also dieses Game ist im Grunde so rigged. Es ist komplett rigged. So, es ist einfach rigged. So, es ist einfach so. Ja, und wieso soll ich dann so emotional werden? Macht aber da auch manchmal umso mehr Spaß, weil dann denkst du wiederum, da kann man ja eigentlich mit nichts was erschaffen. Und ja, wer weiß, vielleicht machen wir das dann mal und reden über verschiedene Themen. Ihr werdet es ja dann mitbekommen auf meinem Kanal oder eben nicht. Falls ihr wollt, dass ich irgendwie über Politik rede, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habt ihr aber auch Themenvorschläge und so, generell auch andere Sachen und so. Ja, interessante Sache. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Peace out.